Okay, willkommen zurück zu Aliens, Colonial Marines, DLC. Stase unterbrochen. Wie die Stase eines Mannes, heißt es. Und wir sind auf der Flucht. Wow, was hat denn der in der Hand? Ah! Was hat denn der in der Hand? Mein Raketenwerfer, bist du blöd? Da brauche ich meine sekundäre Schrotflinte. Wow, die war aber ziemlich primär jetzt. Das sind auch mehr, natürlich. Das ist nie einer allein. Habe ich jetzt das gescheite Gewehr oder das blöde? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ist das normale. Wo? Über uns. Hinter uns die Sintflut. Oh. Das geht ja gut los, Mann. Ich kann nicht mal Luft holen. Wow, der Higgs macht das ganz alleine. Ich dachte... Ui! Die NPCs. Wo sind da die jetzt hergekommen? Das ist aber jetzt nicht wahr. Die sind gespawnt. Hinter meinem Rücken. Oder... Ne, da sind sie rausgekommen. Ärsche. Kann ich mich da heilen irgendwo? Das ist die Luftschleuse. Da können sie nicht hergekommen sein. Erzähl mir nichts. Life Support. Ist da. Der hat immerhin was fallen lassen. Aber ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie ein Hunderhaufen. Gut, wir wagen uns vor. Ohne Rüstung. Was schwebt denn da? Hast du das gesehen? Was ist das? Den El... Oh, da hat es mich auch geschneilt. Ne, das... Wow, mir fehlt der Kopf. Mein Kopf ist geplatzt. Wie lautet der Plan? Plan? Was ist das mit euch und immer diesen Plänen? Plänen. Das sind ja fast Frauengespräche. Ich glaube, diese Wummer ist besser für mich geeignet. Was immer das auch ist, was ich da in der Hand halte, ist das eine Schrotflinte mit Granatwerfer oder... Ist das ein Flammenwerfer eher? Es sieht fast aus wie ein Flammenwerfer, weil da eine Flamme dran ist. Ja, ich glaube, es ist ein Flammenwerfer. Die Seitenwaffe kann ich ja nicht verändern, na? Oder? Kampfpistole. Was ist das für eine? Dienstpistole. Das ist die Kampfpistole. Nehmen wir mal an, die Kampfpistole ist besser als die Dienstpistole. Weil die Dienstpistole ist gratis und wird vom Staat ausgestellt und daher taugt sie nichts. Meistens so. So, jetzt gehen wir ein bisschen vorsichtiger zu Werke. Ich könnte natürlich... eine Granate werfen. Was hat die... Ja, jetzt hat sie so was gemacht. Mitten rein, holen sie mich heraus. Was jetzt? Ich bin ein Star. Holt mich heraus. Sehr gut. Er stöhnt. Er ist in seinen Zügen. Das war der Letzten. Als müssten eigentlich... laut meiner Rechnung von hier... jemand rauskommen. Siehst du? Kommt schon. Ich höre sie schon reden da drin. Mach auf. Die trägern nicht. Ich gehe auch mal da rüber. Das ist ziemlich schwer hier. Weil... man kann sich kaum verteidigen, weil sie kommen von allen Seiten. So was ich meine. Jetzt geht er hoch. Da warten die nächsten Ärsche. Ich werde mal hoch gehen. Und dann gleich wieder runter. Sie nur triggern. Genau. Triggern. Zurück. Und da kommt ja keiner mehr. Sehr gut. Rüstung. Er wuselt da rum. Was ist mit Higgs? Irgendwo ist noch was. Ja, ich höre sie schreien. Ziemlich erratische Bewegungen. Higgs stürmt voran. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, wir können. Schau ich einmal, was das ist hier. Das ist einfach nur ein... ein Hologramm. Zum Amüsement der Wartenden hier. Das ist... sehr kurzweilig. Wenn man hier warten muss. Wieso geht das nicht auf? Es ist grün. Schaut, wir haben hier drin gewartet. Oder ist das ein Aufzug wahrscheinlich? Der natürlich nicht funktioniert, wenn ich reingehe. Ist klar. Ich würde gerne mal... Ausgucken. Ne, das ist kein Flammenwerfer. Aber die Sekundärfunktion, glaube ich, ist ein Flammenwerfer. Ja. Wird wahrscheinlich nicht sehr hilfreich sein. Auf Dauer. Und die Munition ist nicht dieselbe. Oder? Weiß nicht. Wir müssen die Nachricht schicken, die Sie haben. Sie haben die Nachricht doch, oder? Wir müssen die Nachricht. Wir müssen eine Aufzugverbindung haben. Aber auf diesem Schiff ist das unmöglich. Schiff. Herr Gott. Ja. Sie haben es Origin genannt. Ich bin mehr für Steam. Oh, das Schiff. Sag das doch gleich. Ich dachte, er... ...dreht sich immer zur Wand. Aber in dem Fall? Ich denke, die Relaisstation ist unsere beste Chance. Oh, das ist ein Anblick. Schaut euch das an. Wie kommen wir von dem Schiff runter? Das Schiff. Am wenigsten bewacht wären wohl die Fluchtkapseln. Aber die Fluchtkapseln sind nicht für die Benutzung innerhalb der Atmosphäre... Fluchtkapseln, nicht Fruchtkapseln. Deswegen werden Sie sicher auch nicht gut geschätzt. Los. Oh. Mein Motion Tracker geht schon los. Vorzeitig. Ich hasse es, wenn was vorzeitig losgeht. Prämatür. Was haben wir hier? Ah, das Schiff. Oh Gott. Nein. Zurück in den Aufzug. Jetzt haben sie uns eingeschlossen, oder was? Sind das Ärsche oder sind das Ärsche? Ja. Das war ein Ärsche. Von hinten hoffentlich niemand. Von vorne nur Gutes. Können auch hier... Oh. Scheiße, da war schon wieder meine Rüstung weg. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, aufzurüsten. Sehr gut. Er schreit. Gutes Zeichen. Oh, da brauchst du mich entschuldigen. Was war jetzt? Hast du das gesehen? Ich habe aber kaum Rüstung verloren. Wieso eigentlich? Das hat sehr... sehr schmerzhaft ausgesehen. Ah, der schießt da. Er schießt. Den Rücken. Als musstest du dich auch umdrehen beim... ...Reloaden. Fällst du um heute noch? Danke. Wir schleichen. Wie gibt es das, dass er mich trifft, aber ich ihn nie? Ich war genauso in Deckung wie er. Nicht mal mein bestes Stück hat vorgeschaut. Gar nichts. Das bietet ein großes Ziel, glaubt mir. Irgendwelche Goodies. Nein. Vielleicht wäre es ratsam, hier die Schrotflinte auszuprobieren. Wieder mal. Das ist eine Schrotflinte. Was ist das? Das ist mit Schock, oder was? Ah ja, da habe ich auch Sekundär. Muss ich mal ausprobieren. Schockkugeln. Nee, wieder ist ein großer Raum. Ist nicht... ...nicht günstig. Mann. Mach mich lieber warm. Tod? Nein. Diesmal von da. Oh nein, nein, nein. Gott des Willen. Wo? Ja, ja, ich bin ja schon am... Der lebt noch, oder? Der Dicke. Gebt mir doch kein wenig Rüstung. Oh Gott. Da hat es mich zerrissen. Förmlich. Aber ich habe drei Schuss reinbekommen. Hat mir nur nichts geholfen. Wo hat es gespeichelt? Ah, hier. Wie praktisch. Ich glaube, ich werde ihn abfackeln. Diesmal. Aber nicht gleich. Nein, ich habe noch... Ich habe wieder vier Granaten. Das ist gut. Ich habe wieder vier Granaten. Mann. Ich bin hängen geblieben. Konnte nichts dafür. Na, also. Wow, der hat aber schwul gestöhnt. Ja, ja. Immer die mit den dicksten Rüstungen. Und die fechsten. Was ist das für Munition? Explosive Ordnance. Claymore. Okay. Claymore. Er braucht Claymores, wenn er Granaten haben kann. Ich habe mich verlaufen. Ich werde mal kurz beim Fenster rauslinsen. Das ist ein schöner Anblick. Schau mal. Sturm gepeitschter Fiorino-Himmel. Oder wo sind wir? Nein, wir sind ja auf... Hier ist der Planet. Alles voll. Der Planet mit dem ersten Alien. Da hat ja auch Aliens gespielt. Also Aliens 2. Ich muss hier drücken. Die Fruchtkapsel. Zum Platzen bringen. Ah. Ah, das bin ich. Können Sie das überbrücken? Bitte. Es ist überbrückt. Okay. Vielen Dank.